hallo freunde und willkommen zu einem neuen video auf rohkorti mit dabei ist heute kai moin guck mal der ist anfänger komm komm nee alter hast du gerade gesehen was ich für eine scheiße gemacht hast du das gesehen natürlich sehe ich das einfach am ball vorbeigefahren ich aber auch jetzt aber wirklich konzentrieren jetzt wirklich konzentrieren komm schaffen wir sonst fliegt hier gleich der controller da schicke ich dir dann sogar eine videoaufnahme von wie ich den auf den boden kloppe alter ich komme nicht mehr hinterher ist das traurig ist das traurig so ne kacke was ist so ein kind das hinter kuchen herrennt oder so mann du fährst ich fahre wie fliegt er denn schon wieder also wir haben nie so ein glück würde ich noch mal gesagt haben ja immer kommt der ball gegen die alte das ist glaube ich nur anfänger glück so der kommt in die mitte ja den krieg der kommt richtig gut er kommt richtig gut in die mitte er kommt doch nicht gut okay egal lassen wir das nächste ball kommt gleich wieder und ich komme nicht drin was er hat mich zerstört scheißpisser kommst du ja super der passt noch das denn das war so schönes fiebler gewesen alter wäre richtig gut aber die wichser müssen uns das ja oh sorry die die dummen blöden müssen das ja wieder versauen wir haben auch einfach kein glück es ist einfach so schönes ding ja gut gemacht gut gemacht eins zu eins geht doch ach so sagt es doch warte ja jetzt wird er sich den boost was war das denn jawohl da macht er den da mache ich den da scheiße ich wollte doch spielen er macht egal du hast du ja stimmt die füße für das team für die gering für die gering ok nein sorry was kennst du das lied von 187 nein du fährst german russian hat das spiel betreten ach ja ach Germano ich hab german gelesen wo haben wir glück alter da heute ist das glück eigentlich auf unserer das ist gerade gesehen wie knapp die geringe ist es nicht junge na klar da hat der ball ist richtig knapp gegen die latte geschwungen er hätte eigentlich auch drin sein können schade ok es ist nicht nur alles nur können beziehungsweise das nicht können der anderen hey guys you have voice chat das macht mir keine aufnahme fehlen das muss immer gefragt werden are you fucking kidding me you've got to be fucking kidding me das ist das beste lied das war ja auch sehr lange bei Sky im status ne ja gott war das peinlich aber wenn ich jetzt einen boost hätte oh nice boah der kommt mitte der kommt richtig perfekt mitte ach so sag das doch ich grüße da hinten irgendwo rum ja komm das läuft wo ist der ball ey da neben dir kommt mitte oder so warte ich muss ein bisschen boost sammeln ach so ich schieße ich schieße ich dachte du meinst jetzt du willst den ball haben warte ey der ist gut der ist gut lass lass nein okay was hä sagst lass und dann spring ich extra rüber ja lass nicht oder hast du geschrieben hast du gesagt okay als ob das irgendwie verzögert ankam nein so der ist drin der ist drin oh wer hat den denn gemacht ich glaub der hackt der hackt krisse super sicher so ich bin bereit gut kommt der kommt wirklich was machst du denn nicht rückwärts fahren das ist hier Rocket League da fährt man immer vorwärts Maketen Maketenball Liga Rocket One kein Schritt zurück oh wir spielen gegen Anfänger und Semiprofi und es steht nur 2-1 ich will nur scheiße labern ja das kommt dazu ja das müsste man erstmal kombinieren wenn wir nicht aufnehmen sind wir natürlich viel viel besser ist ja so oh dankeschön ja verdient würd ich sagen auch noch ein Tor klar guck mal alles meine Arbeit ja wunderschön 3 zu 1 du fährst ich fahre du fährst ich fahre schön rausgehebelt so und jetzt schön nach vorne warte warte ich mache ich mache gutes Ding gutes Ding ach ich dachte wir wären nur rangisch gerade fuck ich dachte du wärst das was geht denn bei dir na ich dachte gerade der rangische Spieler wärst du dass ich dir den so vorläge und du ihn reindemmerst hat er denn vorbeigehauen nee aber ich bin komischerweise grün Tor nice Hedrick sehr schön hey ich hab sogar Distanz schon bekommen hat genau gepasst das ist echt ein neises Tor also wirklich schön ja sehr schön DeLorean ist echt so der Ball hat so viel Speed der ist fast nach Zukunft zurückgereist DeLorean ist aber echt ein richtig geiles Auto ja kann man sogar immer noch kaufen du hast den Film nie geguckt ne nee kein einzigen von dem Film traurig hey dafür hab ich den Spongebob Film gesehen ja den neuen es gibt neun es gibt es gibt neun nein wo die dann diese Krone da aus nee aus ja das ist der Spongebob Film diesen komischen Ort ja genau den kenn ich auch ja dann gibt's auch keinen neuen hey wir haben gewonnen nice voll überraschend hey abheben wie Andreas Burani oh Monster Cat Aufkleber ich hab Rick bekommen als gewöhnliche Antenne kennst du den? Rick? nein ey die wollen eine Revanche ja ok ich würde sagen machen wir mit ne auf geht's oh ne die sind rausgegangen toll easy abgezogen darf ich sagen sehen wir uns in der nächsten Runde und weiter geht es bei Rocket League neue Runde neues Glück wir spielen gegen Crack is Wack wir müssen noch auf Dante warten Dante Dante ist weg ja ja jetzt haben wir Slider du fährst das ist ein Bot ne das ist ein Bot Slider jetzt war wirklich anstrengend jetzt richtig anstrengen und gewinnen und nochmal richtig was raushauen kommt er in der Mitte ja ich bin hinten noch hier hast du das ne gemacht nice ich hab nichts gemacht guck dir die Wiederholung an ja ja danke Dante sehr schön danke Dante jetzt haben wir Brain Pitbull dabei also die bin ich weg da richtig hello you have voice chat warte nein wie schlecht von mir das ist vor Balea übrigens da war keiner drin hast du super ja Psycho ne warte mal Crack is Wack und wie heißt es an Brain Pitbull und schon aus England warum Brain scheiße wie kacke war das denn jetzt ja still überspringen hat keiner gesehen übrigens ich grüße mal den Lord Lee und genau jetzt wird ein Brill ein Bild genau jetzt wird ein Bild von einem Frettchen eingeblendet von einem Fretchen von einem Fretchen genau was wir meinen ist in der letzten Folge mit Jahrmarkt oder so ja irgendwie wann war das und er wollte das Bild vom Fretchen sehen ja das siehst du jetzt irgendwo oh war das ein gutes Ding war das ein gutes Ding und du versaust es einfach oh man das war richtig gut gespielt ja jetzt nur mal rein machen müssen ey jetzt mal ehrlich du willst mich ärgern heute oder warum du willst mich ärgern heute ey wieso ich hätte glaube ich schon zweimal easy ein Tor machen können du direkt vorher nein ich schieße den Ball erstmal weg so das war Teamarbeit das war Teamarbeit das war schön gespielt ja seid ihr bereit Teamarbeit beschweren kann ich mich doch eher weniger ja das war wirklich das war richtig gut hier boah wenn der reingegangen wäre das wäre richtig heftig outplayed gewesen äh das ist ja übel kriegst du ne kommt wieder nach vorne gut den mach ich nicht ich bleibe ich will weiter hinten ja warte gutes Ding jetzt nach vorne da ist keiner schieb ihn rein schieb ihn rein nein dann mach ich ihn komm komm Nachschuss ja oh shit ich fühl's genauso scheiße wie ich ja was heißt denn hier scheiße die sind Profis so mach ihn rein da ist keiner mehr am Tor ich hab grad hier Crackers Rack am Start oh zerstört was mach ich was mach ich scheiße oh nein ich bin da wieder aufgetautet das Tor schon gesehen kack gewonnen ich dachte der Ball wäre schneller du fährst oder ne ich fahre ich fahre ja wow es fährt immer der der näher dran steht die waren aber beide glaube ich gleich nah dran warte warte so nice er ist nach vorne du hast freie Fahrt oh ne komm das hätte nicht sein gedurft also das warte mal ist eigentlich gedurft gut Deutsch ja oh oha boah der kommt der kommt jetzt 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 der muss der muss ich mach ihn ich mach ihn jawohl 3-2 das war wieder Teamarbeit das war das war schön das Teamplay aber das ist irgendwie auch immer richtig knapp gerade ok jetzt haben die wieder einen Bot Hitbull ist rausgegangen ich fahre ich fahre noch ja Gold Sonic ist jetzt dabei glaubst du man fährt hier mit Dieselautos wieso meinst du man kann die App oh scheiße ich glaube das gerade so ein Thema ist Dieselautos das war dann weil das Traumtor Vorlage da ist man zu Dank gefahren ja warte ich passe in der Mitte ist der Rocket League Abgasskandal komm Flankenwechsel äh ne quatsch Seitenwechsel meinte ich Flankenwechsel Flanken Flanken hier kommt 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 wie es Ball nach dem Ball geiern ja genau wie wir ja aber bei uns ist es schon ein bisschen aufsprach aber jetzt mal ehrlich wenn es so ein VW DLC geben würde für Rocket League würde ich mir das überkaufen dann würde ich ja schon mit dem Polo da rumgurken ja aber nur wenn es Diesel ist wir müssen uns dort übrigens ein bisschen wieder anstecken ich bin ein 3-3 ach 3-3 ja das schaut mal locker 3-3 Mensch easy go der ist afk doch nicht komm ich hab keinen Bock auf Verlängerung ja dann mach jetzt ein Tor der kommt so gut der kommt so gut der kommt so gut und das war's jetzt hab ich wieder Speed oh der hackt doch Marihuana hab ich auch achso Jog 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 NEIN NEIN das darf nicht wahr sein wieder so in der letzten Sekunde Mann okay pass auf alles auf den Anschluss der eine Typ ist immer afk du fährst ich fahre ich muss jetzt rein machen okay das war's scheiße nein ich hatte nicht mehr mehr Boost ja jetzt kommt er auf den Boden und dann war's das oh mein Gott das war immer eine gute eine schlechte Runde bis zum nächsten Mal tschüss ja deine Krone krasser Typ gewöhnlicher Dachaufsatz Chromulon what the fuck okay der Controller der wollte auch mal was sagen tschüss dann danke fürs Zuschauen dann sehen wir uns bei der nächsten Folge Rocket League bis dann tschüss und rollen